jungen auf youtube was geht und ein herzliches willkommen zurück zu gar viel du freut mich dass du war das nie los so schau ich schau ich dass du eingeschalten hast und hey wir haben jetzt unsere fähigkeit und gucken was uns erwartet und weise weise meinst du magst du was sie konnte nicht machen würde ich wollte kanal aber jetzt kommt jetzt von leichter lässt das hilft nicht nur mir das hilft auch dem algorithmus her was ist der weg war ich habe keine ahnung ja wir wollten jetzt aber erst mal weitermachen und gucken was wollte ich jetzt nächstes machen ich habe schon vergessen ich werde nur abgelenkt aber heute in rainbow ender drachen geklatscht ja okay auch mal wieder los perdi ist eminem geworden gab eine zeit als sie doch 14 war wo was ist denn was ist das hier ach so kann ich sagen es gab mal eine zeit wo ich wirklich sehr schnell gesprochen habe noch stelle als ich jetzt spreche ich kann auch relativ schnell sprechen wenn ich das möchte aber es wäre doof für alle weil dann würde mich keiner mehr verstehen aber nicht meine eine tilt phasen habe dann habe ich wirklich soll ich vielleicht mal wieder lernen aber ein text hat einfach auswendig kann ich nach einer weile dann ist das auch einfach nur noch simpel bitte sag es gibt videos von dir wenn du hast würde es nie geben ich kann nicht rappen ich kann schnell sprechen aber ich kann nicht rappen so wir sind hier wo wir hin wollen was machen wir jetzt hier wir müssen kai war so ist das so erst mal warte mal ja ja warte mal kurz sekunde schade denn du mir wenn du mir wenn du mir einen text vor schreibt der sich gut reimen lässt kann man es ja mal gerne probieren wäre gold wert denn denn wie hast du schreibst du schreibst mir einen text und dann kann man es ja ganz gerne mal probieren was hältst du davon dass christ der muss ich aber auch reimen also wirklich gut reimen ich hasse ich ich hasse also ohne rein ganz vergessen ich sollte dahin so denn warte mal wo muss ich denn jetzt hin da lang was war das denn ach ich bin schon da wo ich hin will oder wie ja scheint so ok was ist das hier liegt einfach mal aber ich habe auch so ein piepen wieder oh oh was du denn warte mal ein feind du schießt mich okay du schießt mich nicht ab schade nein ich suche eigentlich jemanden kennst du den kaiser weißt wo der ist es ist der schädte drin zu sein wir gehen doch einfach mal rein als du auf dem server join möchte wirklich mein kraft und so musst du einfach mal klub anschreiben als du es nicht schon ja tschau als du es nicht schon hast tatsächlich sonst bringe ich hatte jetzt wieder am freitag im stream ein bisschen mini kraft ich muss mir so weiter kommt du ist da komplett am vor raschen das ist unglaublich der junge ist einfach das ist aber nicht kaiser oder habe ich nicht okay ja ja ist mir doch egal ich soll mit dir sprechen ich will einen roboter namens kaiser abholen ist mir ein vergnügen dich kennenzulernen ich bin ziemlich beeindruckender laden hier ich würde ich würde gerne ich würde den smalltalk gerne überspringen wenn du nichts dagegen hast wenn du nichts dagegen hast wenn du mal ich vielleicht was abholen willst du ja nicht auf den feldern der goldenes nähste entdecken aber ein bot namens kaiser gibt es hier nicht wie soll doch was mein vielleicht gleich kämpft wieso kämpft wieso was ist das denn ein ja 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 Vielleicht auch beide. Ja, das ist Kaisa. Das könnte er sein. Der Roboter, den ich suche, arbeitete für die Steno-Einheit der United Colonies. Nochmal zum Mitschreiben. Nicht Arab Kaisa. Vielleicht findest du ihn oder du gehst dabei drauf. Wir kennen uns ja aus. Das gehört zum Job. Wenn du ihn also deutlich schneller finden willst, verkaufe ich dir die Infos, die ich über Kaisas Standort habe. Der Standardpreis hat's in sich. Aber für einen guten Grund. Er redet so komisch, weil das Spiel auf der deutschen Synchronition sehr schlecht gemacht ist. Die Lippen sind einfach asynchron, wenn du dir das mal genau anguckst. Das ist aber nicht nur bei diesem Charakter oder Modell so. Das ist auch bei anderen Charakteren. Ist leider ein bisschen schade. Würde ich das Ganze auf Englisch spielen, würde diese ganze Mund-Synchron und so weiter alles ganz gut klappen. Aber das ist auf der deutschen leider ein bisschen in die Hose gegangen anscheinend. Was sehr schade ist. Wir überzeugen ihn einfach mal. Ich höre. Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. Nein. Du scheinst mich nicht zu verstehen. Ich brauche diese Info jetzt. So viel... Äh, was? So viel? Äh, bäh. So viel kommst du wahrscheinlich nicht um, wenn du denkst, dass irgendwer das zahlen würde. Nennst du das etwa verhandeln? Äh, ja. Hände ich schon. Ich habe keine Lust mehr zu fragen. Äh, was mit der Sprache jetzt? Beruhige dich. Ich denke noch darüber nach. Aha. Okay, 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 okay. Ich verstehe schon. Du bekommst einen Rabatt. Ich bin kein Rabatt. Du gibst mir jetzt einfach alles, was ich habe. Dieser Roboter könnte der Schlüssel sein, um die Galaxie von Terramovs Angriffe zu befreien. Tja, schön für ihn. Aber das füllt unsere Tanks nicht mit Acetylen. Und mal ganz ehrlich, was macht irgendein Morph-Angriff da draußen für einen Unterschied? Einen großen. Schön mit dir Geschäfte zu machen. Naja, die 675 Credits, die habe ich auch noch. Das letzte Mal hat man ihn draußen bei der Syracuse gehört. Ein Schiffswrack. Etwa einen Viertelklick die Hauptstraße runter. Einer meiner Arbeiter hat irgendwas von einem Signal erzählt. Halt die Ohren offen, dann findest du deine Maschine. Und die Augen auch. Die Sirens und Ecliptics da draußen machen keine Gefangenen. Oh, und Leichenbergung ist nicht im Preis inbegriffen. Nur damit du es weißt. Ja, du, gar kein Problem. Ah, Kaisa von uns. Ja, 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 mache ich, mache ich. Was ich mir gerade frage, ich habe auch schon mal solche komischen... Das ist unsere alte Technik noch für was. Aha, aha. So ein komisches Flackern, ob das vom Spiel ist? Oder jetzt einfach nur so? Ob das hat das auch was mit der Anomalie zu tun hat? Das würde mich gerade schon interessieren. Oh, jetzt. Wo finde ich denn Kaisa jetzt? Ich soll ja... Da hinten. Also, wenn du rausklicken musst, was ist denn das schon wieder? Bist du denn mittlerweile schon... Äh... Was ist der höchste Rang in... Dings verdammt? In Rainbow? Keine Ahnung, bist du immer schon Platin? Oder gab es immer noch in Bronze? So, nichtsdestotrotz. Wie gesagt, ich muss zwei Feststellungen prüfen und schreiben. Ich habe wenig Lust drauf. Das heißt, ich muss mir alles aus dem ersten Halbjahr angucken. Alles lerne nochmal. Das ist... Ey, eklig. Aber... Und da weiß ich gar nicht, wie... Alter, was hältst du aus? Jo, was hältst du aus? Das ist ein Morph? Warte mal, warte mal. Also, du musst ja schon echt viel EP bringen, ne? Dafür, dass wir hier so viel Ausweis bringt, ist ja bestimmt sehr viel. Boah, 46, okay. Was gibst du? Knarrenstruktur. Ja, 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 klar. Muss ich ja, irgendwie muss ich ja mein Geld verdienen. Level 3. Ich... Alter, ich mache ja gar kein Damage an denen. Im Match, ich würde Damage machen. Ich kann auch Z drücken, ne? Warte mal. Äh. Ha, lol. Ja, okay, das macht die Sache sehr viel entspannter, aber das die Waffe macht kein Damage. Alter, ich mache gar kein Damage an dem. Äh, Sam, also Sarah hat mehr Damage gemacht, als du es jetzt tust, ne? Es würde mich freuen, wenn du Damage machen würdest. Ja, 66, danke. Super. Okay, wir gehen weiter. Das kostet echt viel Munition, wenn ich ihn töten will. Ja, aber da bin ich wenig erfreut. Nur gibt es hier nur 9. Okay, komm, wir gehen weiter. Wir müssen ja theoretisch noch da hinten hin. Ja, liegt der war ein Raumschiff. Jo, okay, ich brauche definitiv bessere Waffen, oder ich fange an, meine Waffen zu modifizieren. Aber ich brauche halt auch die Erfahrungspunkte, ne? Bin ich hier richtig? Ja, Sam macht dann wieder seine... Komm ich hier runter? Nein. Okay. Okay, ich sollte auch ein Sachen zu probieren. Das könnte echt nur wieder in die Hose gehen. Wie das... Ja, die sind aber ein paar, ne? Ich will ja nicht ungern angreifen, alle. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn er stirbt. Wir sollten einfach gehen, du solltest nicht auf dich schießen. So, wie komme ich jetzt hier rein? Wie komme ich in das Raumschiff rein? Hier. Du bist... Du bist... Du bist... Kaiser? Was empfangen denn die Kreaturen? Welche Kreaturen? Die draußen, oder? Ich glaube, ich glaube, wir müssen die machen. Da kommt das Blut, der Ballon, hä? Äh, was für Blut? Ich denke, ja. Ich kann mir die Kamera wieder anmachen. Hallöchen. Hängst du jetzt da fest? Das würde mir... Das würde mir stinken, wär ich, du. Entfernen die Kreaturen von Kaisa. Ah. Wir sind keine Personen. Warte mal. Wie war nochmal das Passwort? Äh, äh, Belly Mechanis? Ja, ich glaube. Ja, war richtig. Entsperrt Versuche Wiederkaufnahme. Wiederkaufnahme? Wir haben Probleme. Brauchst du Strom? Ich habe keine Batterie. Ich habe keine Batterie. Äh, finden die Mikrozelle. Find eine Mikrozelle. Oh, hallo. Äh. Alter, du bist ja schon wieder tot. Okay, warte, wir müssen jetzt unbedingt machen. Hey, ich würde schnell auf falsche Tasten. Habe ich irgendwo eine Schottgang? Waffen sind überbewertet. Das eine ist ein Boss, ne? Der Level 19 ist da. Komm, da gibt es ja hoffentlich halt runter und stirbt einfach durch Falschschaden. Wo bist denn du eigentlich schon wieder hin? Oh, warte, ich bin gleich tot. Wait. Stop, Pause. Ich habe leider mal nur zwei Schutze, das ist ein bisschen schade. Ah, du brennst. Ja, gut, du bist tot, das ist gut. Wo ist der andere? Wo ist eigentlich der... Ach da. Hier liegt Blut, aber wo ist er hin? Okay, ich soll eine Mikrozelle finden auf dem Schrott... Mann. Eine Mikrofelle finden auf dem Schrottplatz. Ach, da hinten einfach. Okay. Alter, so viel rauszappen muss. Was ja mal hier schön ist. Was bist du denn? Geh mal nach Hause. Oh, cool. Ja, nice. Das ist ja ein Träumchen. Na, wer kommt. Was? Kannst du hier in das gar... Ich bin in keinem Kampf. Das sind Kampfs, hier ist keiner. Hallo. Äh. Ich muss mal schnell gehen da vorne. Wenn ich nach da oben bin. Warum ist das eigentlich auf der Z? Das bin ich voll doof. Kannst du bitte sterben? Ja, ne? Oh, Gott. Verdammt. Du hast nichts vergeuden. Du wirst nicht mein Ziel, du. Ich bin ja so vergiftet. So, jetzt kann ich aber die Werkbank, ne? Ich kann jetzt mal stimmt auch Waffen modifizieren. Ah, nein, das ist so eine Werkbank. Verdammt. Dafür, damit ich, äh, Kaisa wieder in Betrieb benehmen kann. Wo soll ich die denn hier finden? Äh, finde eine Mikrozelle. Cool. Wo soll ich die dann jetzt hernehmen? Wo finde ich denn jetzt hier? Da vorne vielleicht? Gibt es hier eine Mikrozelle? Äh, ich denke nicht. Bei... Wie groß... Was soll das denn? Blum? Ah, er spricht doch nicht so. Wie groß soll die bitte sein? Wie groß soll denn die Mikrozelle sein? Kann ich die einfach so in mein Inventar reinnehmen? Oder... Warum frage ich? Bestimmt. Ich hab die Nase. Mikrozelle. Mikrozelle. Wo finde ich hier eine Mikrozelle? Ist das eigentlich geklaut? Ja. Gibt es... Hat das ja jemand gesehen? Ich denke... Was ist denn das? Äh... Endless. Wow. Okay, ich denke nicht, dass er irgendjemand gesehen hat. Ist das hier... Ist das eine Mikrozelle? Nein. Credits. Das andere will ich nicht. Und bin ich hier eine Mikrozelle. Äh... Tralali... Tral... Bist du da? Nein. Ich könnte hier einfach unten den Dings nachlaufen. Das würde mir doch bestimmt zeigen, wo ich... Oh mein Gott, mir öb die Nase. Äh, hin muss. Äh... Geh weiter, Rainbow spielen. Bis dann. Yo. Viel Spaß hier bei Rainbow. Ich hoffe, du steigst ab. Und verliest jedes Spiel. Nein, Spaß. Ich hoffe nicht. Gewinnst du. Ist das hier eine Mikrozelle? Ist das denn da? Okay. Du weißt, dass das nicht uns gehört, oder? Äh... Hat ja keiner gesehen. So lange wie es keiner sieht, gehört es jetzt... Äh, gehört das jetzt uns. Weisheit mit Teddy. Ähm... Aber ich würde mal noch eine Mikrozelle haben. Jo, warum gibt es da so viel? Hat das jemand gesehen? Nein. Bräuchten das gerne alles mit. Aber wieso sind die so groß? Die Tech... 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 Und die Drehchen ein. Ähm... Was bist du denn? Was bist du denn? Okay. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Weiter geht's. Oh, wenn ich eine Mikrozelle... Ich will eine Mikrozelle haben. Was? Achso, ich soll weiterlaufen. Ich glaube, ich habe die ganzen Weg zurück. Ich soll dich eigentlich schon gelaufen bin, oder was? Ich soll hier rein. Jo, lass mich mal hier vorbei. Hoffentlich kommt ein Kind aus deinem Arsch gekrocken. Was ist denn bei dir los? Fisch die. Warum so Matt? Wer ruft dir nach Hilfe? Hoffentlich verreckt die alle da draußen. Wo muss ich hin? Gibt es irgendwo eine Mikrozelle? Mikrozelle hier und da? Ist das eine Mikrozelle? Gibt es du Essen? Du bist... Oh, cool. Ach, das ist doch verrückt! Ach, ich soll mit dir sprechen. Ich brauche eine Mikrozelle. Brauchst du Material? Oder willst du nur was trinken und die Aussicht... Mir wurde gesagt, du hast vielleicht eine Mikrozelle. Ah, das war es also. Deine Maschine hatte keinen Saft mehr. Thermoparasiten, oder? Diese kleinen blinden Passagiere sind einfach überall. Würden sogar eine Stiftlampe aussaugen, wenn man sie ließe. Aber eine Mikrozelle? Das ist Militärtechnik. Ich glaube, wir haben eine. Aber die würde einiges kosten. Das kann ich dir sagen. Du könntest vermutlich eine mit unserem Fabrikationssystem hier zusammenschustern. Aber nur mit hochwertigen Bauplänen. Hm. Ich würde mich auf einen Preisschock vorbereiten. Ja, und wie teuer ist sie jetzt nun? Äh, du sagst, dass du hättest das Werkzeug, um hier Mikrozellen herzustellen. Lass ich mal sehen, was du machst. Was verkauft ihr denn? Die beste Auswahl auf dem Planeten. Ja, 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 ja. Was verkaufst du denn so schön ist hier? Alles. Zeig mir mal. Ach so, du verkaufst nur. Ah, Dietrich. So viel. Alle kaufen. Natürlich. Da sage ich jetzt nicht nein. Ah. 12.000. Oh. Junge. Okay. Du gehst mir auch einen Nerv. Geh weg. Ich will dich nie wiedersehen. Oh mein Gott. Oh, tat das wir in der Taschen. Zum Glück habe ich ein bisschen was mitgenommen. Kann ich die Tür aufmachen, dass alle reinkommen können und euch überfallen können? Maschinen ja. Restricted access. No admittance. Äh, autorisierte. No autorisiertes. Blablabla. No autorisiertes Personal. Was ein Scheiß. Komm, wir müssen zurück zu Kaisa. Wir müssen ihn, äh, retten. Du bleibst hier. Du kommst nicht mit. Du gehst aber weg. Warte mal. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch mal ganz kurz mich vollheilen, bevor ich da wieder rausgehe. Wir warten mal ganz kurz, damit ich gleich wieder ein bisschen Leben habe. Damit ich, wenn ich da nicht wieder gleich vergiftet bin, komplett voll bin. Okay, los geht's. Was ist eigentlich das hier? Ach, Kupfer. Nee, Kupfer will ich nicht. Kupfer ist Müll. Wer will denn schon Kupfer haben? Oh je. Warum ist das eigentlich schon so weit hier vorne? Das war doch letztens weiter. Oh nee, nicht hier schon. Ihr seid mir gerade schon auf den Nerv gegangen. Wahrscheinlich ist der jetzt da vorne und nicht mehr hinten drin. Nee, er ist doch hier. Cool. Cool. Akzeptiert. Cool. Energieniveau wiederhergestellt. Analysiere. Erst Schäden entdeckt. Aufprallschutz. Visuelle Systeme. Schaden liegt im akzeptablen Bereich. Danke für die Hilfe. Ich muss die Mission fortsetzen. Aber was denn für eine Mission? Treten Sie zur Seite. Äh, du hältst eine neue Mission, Major. Herr Drin, Sanon braucht dich. Major Sanon muss warten. What? Ich kann die Mission nicht aufgeben. Aber frühere Entschärfungsversuche waren leider nicht erfolgreich. Mit zusätzlicher Unterstützung sollte ich meine Mission schneller erfüllen können. Erbitte, diesen Ort zu verlassen. Wenn du mich darum bittest, dir bei deiner Mission zu helfen, dann klar, lässt sich machen. Erzähl mir erst mal von dieser Mission. Meine Mission ist die Entschärfung von Einheit XW99. Kennung Siren. Niras letzte Xenowaffe. 99 hat sich als viel fähigerer Gegner als die anderen erwiesen. Helfen Sie mir, sie zu entschärfen. Ähm, wir entschärfen, äh was, wir entschärfen eine Xenowaffe. Ich soll dir also da wobei helfen, irgendeinen Alien zu töten. Korrekt. Einheit 99 ist eine Siren. Eine tödliche Lebensform, die auf Nira im Koloniekrieg eingesetzt wurde. What? Eine lebende Kampfmaschine. Die Tötung dieser Lebensformen ist die Standardmethode zur Entschärfung von Xenowaffen. Okay, machen wir. Machen wir. Okay, dort geht's. Folgen Sie mir. Ruhig, mach ich. Ich bin, ich bin, ich bin, ich erinnere meinen Tod. Kannst du bitte ein bisschen, ein bisschen lauter sprechen? Danke. Du bist, du bist ganz leise. Aber wo? Siren. Ah. Aber 99, ne? Ist das Ding, sag ich jetzt nicht, das Ding ist ein Level 99. Das würde mich ja komplett hops nehmen. Aber wir hatten auch eine Siren da hinten. Und ich hab mich eigentlich größer vorgestellt und nicht so klein. Und wenn eine Ecliptik was haben will, kann es nichts Gutes sein. Äh, möglich, ja. So, finden wir jetzt diese Siren 99 gedönst, damit wir sie ausschalten können und dir... Oder... Äh, warte mal, warte, 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 wie ich komme. Aber hallo, jetzt bist du auch immer so schnell. Warte. Äh, irgendwo hier oben? Weiß ich nicht. So. Hallo. Engelschanze. Oh je. Das hört sich ja schon sehr gut an. Was? Ne? Okay. Aber? Was war das? Na dann, hm? Na dann. Abmarsch. das ding noch und von hier oben haben wir relativ eine schade wir können leider nicht ganz durchschießen ich auch warte mal warum bist du eigentlich unsichtbar was soll das denn wenn ich jetzt hier ein bisschen mal kurz nachladen sekunde pause spielpause ich sehe dich nicht mal soll das so soll das so ich weiß nicht ob das lustiger warte mal soll das wo dass sie das weiß ich nicht würde mir jetzt habe ich schon mal interessiert ich weiß halt nicht wo ich hinschießen sowohl soll ich da hinschießen unsichtbar okay war doch was man schaut gar nicht braucht die jetzt unbedingt das bringt ja so actually die gern aber wir haben doch hier noch werde mal alles gut bei dir ich hoffe du bist zum glück tot wo ist der andere hin töte der 1 99 ich glaube nicht dass das so sein soll wo ist er denn ach da sprich mit kaisa machen war und ich brauche deine hilfe um eine mögliche wende von nachomachsangriffen zu verhindern wir haben einen teil des teams wieder vereint aber wir kämpfen gegen aliens nicht mit ihnen wir haben schon genug zeit vergeudelt ja das ist 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 denn eigentlich hier habe ich ja kopfschmerzen gelegentlich oder warum bringt das so komisch auf okay wir treffen uns dann da ne kaisa gut aber geklärt was habe ich hier noch etwas was ich mitnehmen kann ich meine ich bin ja schon wieder ein bisschen über der zeit ist kann man das ja schnell gucken ob wir noch was mitnehmen können und wenn wir fertig sind dann ne ihr wisst ja cool hätte ich das hier auch so machen können dass dass er hätte mich nicht angereifen können hätte ich alle einfach ein bisschen früher und ein bisschen schneller getötet das sind fragen die habe ich die würde ich ganz gerne beantwortet haben wie viele tüte ja ich habe elf stück ja okay schillig das ist nicht schillig warte mal nee okay das kann ich nirgendwo einsetzen das ist doof das geht auch nicht denn das hier geht ja bestimmt oder okay was kann ich jetzt hier einsetzen das geht auch nicht das ist ja sehr interessant das geht kann ich das hier vielleicht drehe so nein 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 okay was kann ich jetzt hier einsetzen das hier geht das hier ja okay denn dich und dich was anderes geht ja leider anscheinend nicht das geht nicht das geht auch nicht wir drehen das ganze einmal so hin ja so das gehen 1 2 3 noch das ging nicht nein wenn wir das da einsetzen das da und das da brauchen wir noch eins ist zack zack und scheiße ne da geil ne war jetzt nicht cool ne verdammt aber was hätte ich denn sonst machen sollen ok das geht dann ja muss ich abbrechen muss nochmal machen sorry nochmal was hätte ich denn sonst machen sollen drei hammer und dreier gespannt ist hier das geht nirgendwo rein ich könnte theoretisch das könnte das und ich könnte das was anderes geht jetzt gibt das hier das hat mir gerade mehr das ging nicht es geht nur so hier ich kann nur die einzelnen dinge grad nehmen stopp und ich könnte das hier ich nehme jetzt ist und ist so was anderes eigentlich gerade nicht erklären was hier gehen soll du bist du groß ne ich kann nicht auch vergessen aber ich kann nicht so und so oder so und so das und das machen wir das und jetzt sieht doch nicht gut aus verdammt das und das danke haben wir doch geschafft vor allem an dieser munition super aber wie sie kann ich nicht machen weil gibt ein bisschen punkte nehmen absehen davon dass das und das hier ja das geht natürlich auch das hier gibt bestimmt nicht und das geht nicht egal wie ich mache ja wenn ich das und das mache ich aber das und das voll das kriege ich auch nirgendwo rein aber was wäre ich denn da und da rein das und das geht ja das ist klar aber ich brauche halt ist und ist das und das bekomme komme ich das hier irgendwo rein das ist gar nicht so einfach das und das geht super klar das ist kein problem aber ich kann doch das und das mache ich ein einzelnes ding und so warte mal warte mal wenn ich das und das zu machen habe ich vielleicht auch das und das nicht machen nein ich mache es mal das und das und das okay nice naja geht das ja ging das doch halbwegs ist okay zack zack das geht leider nicht dadurch das komme ich da rein das bekomme ich nirgendwo rein das auch nicht ich finde das gar nicht einfach ich finde das wirklich nicht einfach ach so das geht nicht wegen dem ne shit das und das geht aber noch um drei ich mache das jetzt einfach ist mir egal aber dann gibt nichts mehr anderes ne ne ja das ist natürlich doof du auch hier müssen wir tatsächlich noch mal jetzt noch mal kann ja nicht sein hast du hier gar nichts ratten bekommen herr was ein mist ich hatte das so und so und so machen da haben wir dann noch zwei die auch nicht mit dem wir ausführen könnten nein wir hätten noch eins zwei drei was würde dementsprechend passen das ging nicht das hier vielleicht es würde so und so gehen da brauche ich viel zu viel für eins das geht nicht das geht nicht das geht nicht das geht nicht das geht auch nicht es geht tatsächlich nur so hier warum ist das heute so schwer letzter war das mega einfach oder weil ich müde bin oder so dass ich einfach mal sitz hier und gucken mal wir haben ja noch nie die dritte also aber ich glaube ich kann ja gar nichts anfangen das hier wird daran nichts schade der war es wohl nicht okay der war es wohl nicht warte mal so so dann habe ich noch die hier okay das ist das ist das ist klar das war okay das kann ich da und da und dann habe ich ja eins zwei drei vier noch ich könnte doch das hier bestimmt verwenden oder dann habe ich noch drei geht das ja das würde auch gehen dann hätte ich das und das voll das geht nicht mal ganz kurz anders hinsetzen sekunde wieder das geht auch nirgendswo rein hier anscheinend nein kann ich das und das vollhauen kann ich das und das nicht verwenden ich weiß nicht dafür okay das geht auch da nicht rein das ist ich habe halt noch das da unten offen ich hatte nur noch das hier offen das muss doch irgendwo reingehen come on nochmals aber das hier und ist und stecken okay noch nachbrechen ok ok es hat nur noch der kocher hier bin ich jetzt ganz schön frech das ist das leerlegen weiste aber wir hängen ja am längsten dran so das würde so und so gehen aber noch irgendwas ok das geht ja nirgendswo rein das ist schade das geht auch nirgends rein ich könnte nur das und das gerade verwenden das kann auch nicht das kann ich halt tatsächlich auch noch zu verwenden also wo es würde wollen das geht auch nicht warte mal das ding kann ich da und da verwenden bin ich ja gerade ein bisschen frech wo kann ich das denn jetzt verwenden da würde ich das und das verwenden das geht auch nirgends was sind das jetzt kann nur dann geht das hier irgendwo rein nein das ist das da oben im weg das geht auch nicht schön dass das da und da rein geht geht das doch vielleicht auch hier rein nein das geht auch nur hier unten ne geht ja auch nicht hä 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 und das und ist, dann sollte das... Ja. So rum. Gott. Dankeschön. Das hat ja jetzt gedauert. Hallo. Gott, das hat jetzt ein bisschen... Hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich das raus hatte. Aber hey, wir haben es. Immerhin. Sonst gibt es jetzt hier aber nichts mehr. Nein. Gut, dann haben wir das noch abgeschlossen. Ach so. Loll, okay. Bin schon wieder viel zu lange dabei. Tatsächlich. Also, was ich jetzt noch machen würde wollen, ist zurück zum Raumschiff zu gehen. Wenn ich das habe, dann ist die Folge auch schon zu Ende. Die geht schon wieder viel zu lange. Die geht schon wieder viel zu lange. Die geht schon wieder viel zu lange. Tralali, Tralalo, Tralalöle. So. Darf ich ja hoch? Danke. So, da bin ich auch schon mal mit dem Raumschiff. Das ging ja... Aber das haben die Waffen. Die haben ja ganz schön fette Waffen hier. So. Gut, dann bedanke ich mich auch wieder, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du bis hin geschaut hast. Und hey, freut mich, dass du da warst. Ich hoffe, dass es Spaß bei der Folge mehr beim Zugucken. Es würde mich freuen, wenn du kanalst. Aber jetzt kommt mal dir ein Like da lässt. Das hilft nicht nur mir, das hilft auch die Marke Rhythmus her. Und lässt uns als Community wachsen natürlich. Versteht sich davon selbst. Danke. So, sonst wünsche ich dir noch einen wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Mittag oder einen wunderschönen guten Morgen. Je nachdem, wie du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal. Euer Teddy. Tschüss. 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 Tschau.